Hallo, ich habe gerade das Norbekov-Seminar Stufe 1 abgelegt und ich bin unheimlich begeistert. Ich war sehr skeptisch anfangs, habe das Buch widerwillig halb gelesen und ich bin total begeistert. Ich fühle mich jung, ich fühle mich gut, ich bin viel beweglicher. Es hat ganz viel in mir ausgelöst, sodass ich ganz sorgfältig demnächst mit mir umgehen werde, sehr liebevoll. Die anderen Seminarteilnehmer sind mir sehr ins Herz gewachsen und es war wunderbar, die Veränderungen bei den anderen und bei mir wahrzunehmen, sowohl optisch als auch bei unserem Verhalten. Wir haben uns sehr viel angelächelt und werden auch weiterhin lächelnd durch die Welt laufen und ganz viel Liebe aufnehmen und geben und ganz anders auf die Menschen um uns herum achten und auch auf uns selber achten. Es hat einfach nur gut getan und die beiden Seminarleiter haben das mit so viel Liebe und Hingabe und Überzeugung und wirklich ganz ehrlich rübergebracht, dass es uns so leicht gefallen ist, das in uns aufzunehmen und auch zu verwirklichen. Also es ist auf jeden Fall ein Erlebnis und es ist wert, es auszuprobieren. Und ich hoffe, ich mache auch demnächst mal die Stufe 2, weil ich neugierig geworden bin, wie es weitergeht. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020